Musik Feierstunde in der Tuller Realschule in Karlsruhe. Denn hier wurde die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen mit dem Kooperationsvertrag gesiegelt. Für den Schulleiter ein wichtiger Schritt, um seine Schüler bestens auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten. Also die Schüler werden in den Betrieben mit der Arbeitswelt pur konfrontiert. Sie lernen zunächst auch mal die verschiedenen Arbeitszeiten. Sie sehen aber auch die originale Begegnung, je nachdem in welchem Betrieb sie sich befinden, im Handwerk oder auch in der Verwaltung. Wie die einzelnen Bereiche in den Betrieben strukturiert sind. Und sie durchlaufen verschiedene Abteilungen und haben dann mehr das praktische Wissen im Hinterkopf und können so eine Verknüpfung von Theorie und Praxis herstellen, die wir an der Schule so nicht leisten können. Für die Schüler der Tuller Realschule ist die Kooperation Wirtschaft macht Schule kein Neuland. Denn ihre Schule hat nun schon fünf Kooperationspartner. Eine gute und wichtige Sache findet auch die Schülersprecherin. Also von den Praktika, da kann man ja sehen, ob es überhaupt was für einen ist. Ob das überhaupt so die Vorstellung, die man eigentlich hat, ob das auch so wahrgenommen wird. Ob das denen gefällt, also ob das der Person gefällt. Und wenn nicht, dann kann man ja irgendwo an einem anderen Beruf doch noch ein anderes Praktikum machen. Bei den Praktika können die Schüler zudem noch wichtige Informationen in Sachen Bewerbung lernen. Und vor allem auf was es in dem jeweiligen Unternehmen ankommt. Also ganz wichtig ist, dass es freundliche Menschen sind, die gut mit unseren Kunden umgehen können, die teamfähig sind, die engagiert sind, die gewisse Werte auch haben, die einfach schon eine gute Basis mitbekommen von der Schule. Und das sind die Dinge, die wir auch in der Kooperation versuchen, mehr mit auf den Weg zu bekommen. Mit dem Know-how aus den Wirtschaft macht Schule Kooperationen und eigenem Engagement steht den Schülern also einer guten beruflichen Zukunft nichts mehr im Wege. Auch die Schülern am先 zuhause. Wenn's gut in beden. Vorb adapts. Wir bauen jetzt hier. Und wir finden das immer bewerten Werte so erfolgreich. Und wir machen wichtig sind. Und dann stehen da cloud. Öloses M demostratzer sagen uns diesem Dank etwas dazu können.